Könnte sogar wirklich gut sein, Echse, weil es ist ja gerade Ramadan. Die dürfen ja aktuell tagsüber nichts essen. So, wenn die jetzt direkt hier spawnen, wäre natürlich richtig nice für mich. Nope. Ich kenne die Maps halt noch nicht so gut. Da ist einer. Ich hab sie voll am Bein erwischt. Oh mein Gott, komm her, Baby. Ich häng dich auf, ey. Du bist ja noch ganz feucht. Ich liebe die Kettensäge. BOOM! Mit der Kettensäge in den Rücken rein. Oh mein Gott, der Grenz regelt, Freunde. Der Grenz regelt. So, den anderen haben sie wieder abgenommen. Ist mir aber egal. Hier wird jetzt direkt wieder der Nächste aufgehangen. Ah, schade. So, wo sind die? Hier ist einer. Da liegt der Nächste. So, auch sie werden aufgehängt. Oh, das macht ja Laune, ey, mit dem Aufhängen hier. Der Killer ist echt nice, was das angeht, ne? Die anderen werden bestimmt nicht abhauen. Das sind halt gute Teamplayer auch. BOOM! In den Rücken, du Schlingel. So, komm her. Alter Vater, die Kettensäge macht so Laune, ne? So, ist er jetzt tot? Oder muss er dreimal hängen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, der ist direkt down, oder? Ah, ne, ne. Doch, noch nicht down. So, mal schauen, ob da wieder jemand kommt. Ah, die Kettensäge ist halt nice, weil du echt so geil anstürmen kannst. Und da hinten probieren die jetzt was zu machen. So, ich würde sagen, wir warten jetzt, dass er stirbt. Dann haben wir einen weniger. Die haben zwar einen Dingens schon fertig. Okay, die sind an dem nächsten, ne? So, wenn der Icke jetzt mal sterben würde. Na, den zweiten haben sie schon ready. Die spielen gut. An dem ist keiner. Und? Ah! Okay, gut ausgewichen. Die Olle. Richtig nice gemacht von ihr. Okay. Oh, sie ist in die Kettensäge gesprungen. Das ist natürlich ärgerlich, würde ich mal sagen. Das ist natürlich ärgerlich. Das darf nicht passieren, wenn man überleben will. Wo ist der nächste Wigglehaken? Fuck. Scheiße, ich muss sie ablegen. Okay, die kann da liegen. Wir hauen die jetzt alle erstmal ein bisschen down, würde ich sagen. Weil wenn ich sie aufhänge, hätte ich, glaube ich, nicht mehr geschafft. Denkst du, ich habe das nicht gesehen, wo du hingegangen bist? Na? Oh, komm. Nein, daneben. Ganz schwache Leistung. Zack, so geht's auch. Einer nur noch. Warte mal, das ist das Wigglehaus hier, oder? Das ist das Haus des Todes hier, glaube ich. Ja, das ist hier das Haus. Nice. So. Dann hängen wir den mal auf, ne? Und zwar hier hinten ran. Und ich habe gehört, da oben wird gerade ein Generator gemacht. Moin, der Hanna. Grüß dich. Dem einen wurde gerade hochgeholfen. Der hier ist fast fertig. Der Hanna, danke für deinen Follow. Nice. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Letzte nicht das Dingens findet. Dass er nicht die Falltür findet. Weil wenn wir die jetzt hier hinhängen... Ach ja, der ist jetzt aber schon fertig. Ha! Wo ist der Letzte, Leute? Wo würde ich mich verkriechen, wenn ich der Letzte wäre? Oh, scheiße. Sie ist down. Fuck! Da wurde dran gearbeitet. Da nicht. Shit, Leute! Den Letzten finden ist immer schwer. Ah, er muss noch viele Generators machen. Kann halt überall sich verstecken. Hier war auch jemand. Ach, Leute. Scheiße, Mann. Aber er sucht offensichtlich nicht die Falltür. Hier ist's. Hmm. Gibt's doch nicht. Spätestens, wenn er einen Generator macht, sehe ich ihn. Oder wenn er einen Fehler macht. Er rennt ja auch scheinbar nicht, weißt du? Er rennt nicht. Ich gucke jetzt lieber einmal, bevor er nachher hier drin war. Ich dachte gerade, da ist die Falltür. Das Ding am Haus ist auch fast fertig. Er macht es gar nicht mal so schlecht. Viele Generatoren sind fast fertig. Da ist die Falltür. Okay, er darf hier nicht herkommen, weil hier die Falltür ist. Das wäre richtig mies. Okay, hier ist er nicht mehr. Da muss er ja tatsächlich bei dem Haus sein. Das gibt's doch nicht. Oh, Leute, ey. Ich seh' ihn halt nicht, ne? Ist der fertig? Ach, der ist fertig. Das ist gut, weil dann geht er hier nicht mehr hin. Da muss er ja da hinten jetzt irgendwo sein. Weil der hier wird bearbeitet, offensichtlich. Aber wo versteckt er sich? Kann der hier gar nicht rüber? Doch, okay. Er hat richtig viele richtig weit. Vielleicht will er dann abhauen. Dass ich ihn halt gar nicht sehe, ist heftig. Ein Fehler, Junge. Macht doch einen Fehler. Keine Ahnung, Leute. Jetzt ist er durch die Falltür. Boah, ey. Boah, ey. Bist du wohl wieder춰�stimmst?!